Ich möchte euch heute mal das PX200-Gehäuse von Malossi vorstellen. Das ist die V1-Edition, also die Drehschieber-Variante. Ihr seht, das Gehäuse ist ein richtig schöner Goß, richtig gut verarbeitet. Vorne der große Schlund, vorbereitet für den Malossi 210 Zylinder. Natürlich können da auch andere draufgesetzt werden. Ausreichend Material vorhanden. Die Ölpumpe kann sogar eingesetzt werden. Und alle neuralgischen Punkte des Originalgehäuses wurden hier verstärkt, verbessert. Ihr seht hier oben den Einlass für den Vergaser, auch ordentlich Material vorhanden. Und das Gehäuse wird verschraubt, wie ihr seht, mit M8-Inbusschrauben. Und der Vorteil ist hier, es wird keine Dichtung eingesetzt. Da kommt einfach eine unter Luftausschlusshärtende Masse dazwischen von Loctite zum Beispiel. Und dann ist das Ganze dicht. Ja, Einlass ist auch ordentlich groß. Da kann gefräst werden ohne Ende. Die Lager sind sogar hier auf der Lichtmaschinenseite verstärkt und größer. Und das ist der Lieferumfang.